Das ist ein Schnellbüchern und das ist Sophie. Und das ist der Zehn. Herr Bühne, lass ihn leer. Ich darf es mitgehen, die Runde, komm. Der Leon ist das, oder? Ja, genau. Du kannst nicht auch mal reden. Wenn du mal rehnst, dann schaust du sie mal an, satt sie sich am frisch. Magst du nicht? Du musst ja nicht. So dann Marie gleich, weil die saubt der Riste. Finde ich auch gern. Kommt zu mir, darfst du mit dem Schneewittchen, oder? Hallo Schneewittchen? Auf wen, wo ist es gleich? Egal. Muster! Ah, das geht zu mir als Zupfen raus. Warte, vielleicht unseren größeren. Ach so, wegen Zupfen, oder? Werden die auch eine Tür machen. Los einfach so. Warte, weißt du, was geht? Machen wir ein wenig lockerer. Dann vordern wir ein wenig weiter nach hinten. Ist das gut? Geht nicht. Ich hab ja einen Größer, dann hören, wenn ihr braucht. Warte schon mal. Wir schauen. Es wird ein bisschen. Im Voraus, du magst nicht weiter. Du auch nicht. Magst du mit Lea eine Runde gehen oder sehen? Probieren wir. Nichts magst. Auf mich. Ach, so kann ich hier liegen. Radeon. Radeon. Gut bist du. Leo, du bist tapfer. Fassig. Ja, guck. Ja, guck. Ja. Der passt hier den perfekten Zug. Deine heißt Schneewittchen und eine Zopf für die Marie. Wow! Na, na, muss helfen. Oh, schau! Der zweite Schotabweg, da vorne, da aufhören und da vorne, wo die Laterne ist, wie wurscht Aber der letzte Laterne soll nicht auch absteigen, da oben, da oben oder oben, da oben oben, der zweite Schotabweg, da oben oben und da oben. Aber der vorletzene Laterne da oben stehen. Absteigen, genau. Und wenn ich da vorne, aber jetzt den Kopf hochhalten, damit der Socknuch vorrutschen kann, und hinterladen. Upe Hamel! Upe Hamel! Komm, Luki! Komm, Luki! Upe Hamel! Upe Hamel! Upe Hamel! Was? Upe Hamel! 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 Halt ein, Uppa! Halt ein! Halt ein, Uppa! Halt ein! Halt ein, Uppa! Halt ein... Spürzehnen, am besten bleibt. Wo willst du denn lernen? Wahnsinn, die lernen gleich. Vielen Dank für's Zuschauen.